So meine lieben Kinder hier draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen ist wieder am Start, heute mal wieder vom Auto aus, nicht vom Pensei. So, vor der letzten gibt es auch diese wunderschöne Facecam, auch nicht. Gut, wir sind unterwegs auf dem Dach mit Drogo, der uns einen Döner besorgt hat. Und wir checken erstmal von oben die Menschen, die wie kleine Ameisen aussehen. Und ja, mal gucken, was noch hier oben passiert. Ja, und was er noch wollte, er wollte, dass wir ein Auto hochheben. Jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ein Auto hochheben und woanders abstellen. Mal gucken, wenn Nikola davon erfährt, dann bin ich tot. Und was Droge betrifft, so wird er auf ewig seinen Zorn verspüren. Ich schließe die Augen und konzentriere mich mit gesteigerte Spannung auf ein Auto. Ich sehe nur noch dieses Auto in meinem Geist. Ich versuche es zu verstellen, aber ich kann es nur wackeln lassen. Ich verstehe, dass es sehr schwer ist, diese Dinge auf eine solche Entfernung zu machen und mit einem so schweren Gegenstand. Ich glaube, in der Macht spielt Gewicht und Größe keine Rolle. Ich versuche es nochmal, aber es funktioniert wieder nicht. Ich stöhne. Wenn du dich aufregst, dann funktioniert es gleich erst recht nicht. Sei geduldig. Ich bin ermutigt. Es ist so frustrierend zu wissen, dass ich es kann. Das ist mir aber nicht gehorcht. Noch nicht. Je mehr du umst, desto leicht der wird es. Du musst dir Zeit geben. Dies eine Mal geht es nach meinem Kopf. Leicht genervt konzentriere ich mich nochmals. Aber anstatt ruhig und überlegt zu sein, so wie es Nicola empfiehlt, lasse ich mich von meinen Emotionen lenken. Schnell bin ich von einer großen Kraft erfüllt, die mir umherwerbelt. Bereit, einen großen Kampf zu führen. Als ich eigentlich aufgeben will, bewegt sich das Auto plötzlich stark. Das versetzt mich in eine kindliche Freude. Ja, ich dachte, mittlerweile fliegen alle Autos in die Luft oder so ein Scheiß. Jetzt weißt du, pum, 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 alle Autos irgendwie weg und so. Endlich! Meine Freude ist jedoch von kurzer Dauer, als ich sehe, dass das besagte Auto plötzlich mit einem Transporter zusammen gestoßen ist. Dieser ist gerade auf die Straße gefahren. Aber da ich zu sehr mit meinen Kräften beschäftigt war, habe ich ihn nicht kommen sehen. Das gibt Ärger. Ich zitter. Ich bleibe einen Moment lang stumm und schaue den Unfall an, bevor in mir Panik ausbricht. Oh mein Gott, was habe ich getan? Komm, wir müssen schauen, was passiert ist. Wir verlassen unseren sicheren Rückzugsort und begeben uns so schnell wie möglich nach unten. So ein grüner Qualm noch da unten. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Als wir am Transporter ankommen, sehen wir schnell den Fahrer. Er wurde aus dem Auto geworfen und bewegt sich nicht. Oh mein Gott. Mein Gott, lebt er noch? Ich stürze mich auf ihn. Ich fühle seinen Puls. Er atmet. Drogo schaut nach, ob es noch andere Verletze gibt. Er kommt zu mir zurück und schüttelt diskret mit dem Kopf. Niemand weiter. Ich bin in Panik. Was werden wir machen? Wir müssen den Rettungswagen rufen. Als ich den Kopf hebe, sehe ich Drogo, der leicht zurückgeht. Drogo! Er blutet und ich habe Hunger. Ich drehe mich zu einem Unbekannten. Tatsächlich läuft Blut aus seinem Schädel. Als ich mich zu Drogo umdrehe, sehe ich, dass seine Augen rot aufleuchten. Ich verstehe sofort, was er tun will. Er will ihn essen. Oh nein. Nein, 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 nein. Das brauchen wir jetzt nicht auch noch. Drogo hat einen großen Appetit auf kleine, blutige Menschen. Er ist auch lecker. Ich kann ihn verstehen. So. Minispiel. Dann mal los. Ich will überlegen, ob ich hier vielleicht mal ein bisschen Lüftung anmache. Es ist ein bisschen warm hier im Auto. Oh, ich habe verloren, weil dieser scheiß Samantha da in Berge war. Warum muss Samantha nerven? Ich will wissen, wie es weitergeht in der Story bei. Schon wieder ist es diese alte Scheiß Samantha. Ich gucke nochmal, ob das wie der Samantha... Jede Wette ist wie der Samantha. Oh, Gott sei Dank nicht, ey. So, nein. So. Okay. Geh bitte zurück. Versuch dich zu beruhigen, okay? Einfach gesagt. Warum hat er schon die Zähnchen ausgepackt? Ich greife nach seiner Hand. Ich bitte dich, verlasse mich jetzt nicht. Ich brauche deine Hilfe. Geh weg von mir, sahende Truffücher. Okay. Tatsächlich sehe ich, dass er große Schwierigkeiten hat, der Veränderung zu widerstehen, die ihn bedroht. Ach Drogo, das ist doch alles deine Schuld. Ich beginne mir zu sagen, dass die Situation verloren ist, als ein Schatten hinter uns auftaucht und mich hochschrecken lässt. Nikolai kommt auf uns zu. Wütend wie nie, packt seinen Bruder am Kragen und werft ihn schonungslos gegen die Wand vor uns. Oh, hauaha. Hey, ist er verrückt? Was habe ich dir gesagt? Ich dachte, das war alles klar. Das war keine Absicht. Schade, jetzt wird es spannend werden. Verdammte Kacke. Ist hier die Folge wieder zu Ende. Und ja, Kinder, danke fürs Reinschalten. Es ist super spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und wie gesagt, danke fürs Reinschalten. Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Mäuse. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.